Diese eine Fähigkeit ist die kostbarste, die ich in meinem ganzen Studium gelernt habe. Das ist das Handeln nach dem Pareto-Prinzip. Das bedeutet, dass du die Aufgaben zu 80% erledigst und das mit 20% des Aufwands. Gerade viele BWL-Studenten kennen dieses Prinzip, allerdings verstehen es wirklich die wenigsten. Hier mal ein kleines praktisches Beispiel. Wenn du an einer guten Uni bist und ein System gefunden hast, mit dem du gute Noten, sagen wir im 1, Bereich schreiben kannst, ist es irrelevant, ob du 1,8 oder 1,5 schreibst. Am Ende des Tages schauen die Firmen nicht drauf, dass du einen soliden Schnitt hast, aber was noch viel wichtiger ist, sie schauen sich an, welche Praxiserfahrungen du gesammelt hast. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, deinen Schnitt zu optimieren, ist das erstens mal viel, viel aufwendiger und zweitens mal hat es überhaupt keinen Effekt mehr, weil du dich um wichtigere Dinge kümmern musst. Wenn du dir das Pareto-Prinzip also immer wieder bewusst machst, dann kommst du viel, viel schneller voran.